Ja, ihr wisst ja alle, dass ich ganz viel autark reise und demnächst wieder eine Reise ansteht, die etwas länger sein wird. Eigentlich wollte ich ja nach Madagaskar fliegen, aber durch Corona sind alle Flüge gecancelt worden und nun habe ich mich entschlossen in den Balkan zu fahren. Normalerweise sind meine Touren maximal eine Woche gewesen und da haben mir meine Powerbanks usw. ausgereicht. Aber jetzt in den Balkan, das sind mindestens drei, vier Wochen und ohne Laptop und ohne Batterieladegerät oder Batterielademöglichkeiten ist das halt schwierig. Und darum habe ich mir heute etwas schicken lassen und das will ich mit euch anboxen. Es ist ganz schön schwer und ich weiß nicht, könnt ihr es schon sehen, was es ist? Ich habe ganz viel gelesen und recherchiert, was meinen Ansprüchen gerecht wird und jetzt teste ich das mal. Das ist übrigens keine Kooperation. Ich will es einfach für mich nutzen und meinen Laptop in den drei Wochen immer mal laden und vielleicht meine Akkus aufladen. Ja, darum habe ich mir das gekauft und ich wollte es mit euch teilen. So, als erstes kommt die Bedienungsanleitung zum Vorschein. Das ist die Garantie-Karte. Hier ist nochmal Werbung, welche Geräte es alles gibt von dieser Firma. Und jetzt hier ist die Bedienungsanleitung in Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch. So, hier ist noch ein Schutz. Jetzt kommt ein Karton. Und nochmal ein Styroporeinsatz. Ah ja, und hier ist das gute Teil. Ich bin schon ganz gespannt, wie schwer es wird. Oh ja. So, der Karton ist leer. So, da ist es. So sieht es aus. Mit zwei Henkel. Ziemlich schwer. So, hier hinten ist der Ladeeingang und der Schalter für die Lampe. Und das hier ist an der Seite, das orangene, ist alles gummiert. Also outdoor-gerecht. Dann haben wir hier die 12-Volt-Steckdose. Fragt mich mal jetzt, was es alles ist. Das kann ich euch noch sagen. Das ist normale Steckdose, Schoko-Steckdose. Dann haben wir hier USB. Hier 5 Volt 3A zweimal. PD ASW. Ich kann es ja mal ranhalten. Ja, die Batterie, das Akku-Pack, was da drin ist, ist voll geladen. Ansonsten muss ich natürlich erst mal die Bedienungsanleitung lesen, wie alles funktioniert. Ah. Die Lampe funktioniert erst mal. So, jetzt stelle ich mal das zur Seite und jetzt mal schauen, was hier noch Schönes drin ist. Ein Auto-Stecker zum Laden im Auto. Ich weiß noch nicht, ich gucke einfach immer, wo es passt und dann wird es schon gehen. Wer weiß, was es ist, der kann es mir ja mal verraten, wofür ich es benutzen kann. Und ich glaube, das ist für Solar. Ja, Solar habe ich jetzt noch nicht mitbestellt. So eine Solartasche bestelle ich mir vielleicht nächstes Jahr. Dieses Jahr, glaube ich, ist das noch nicht nötig. Ja, und das ist das Netzteil, wenn ich das, wenn ich die Power Station über meinen normalen Stromanschluss aufladen will, dann benutze ich das. Ja, das war's. Mehr ist im Pack nicht enthalten. Und ich werde euch berichten, wie ich in den drei Wochen damit klargekommen bin. So, jetzt habe ich mal die Bedienungsanleitung gelesen. Also, man kann es über Solar laden, dann über die Steckdose, über die normale und über Autoladekabel. Diese drei Möglichkeiten gibt es. Ja, und laden kann man hier über USB alle gängigen Geräte, die man auch über USB laden kann. Also Smartphone, MP3-Player, Digitalkamera, Tablet und so weiter und so fort. Ja, diese Ladebuchsen sind für Lampen zum Beispiel, für LED-Lampen. Dann der Autostecker für zum Beispiel Kühlschränke oder andere 12-Volt-Geräte. Und hier die normalen Steckdosen für Laptops, Kameras und alles, was nicht 100 Watt überschreitet. So, also Föhn und Heizer, das geht nicht, das ist zu viel. Und dann steht hier noch in der Bedienungsanleitung, dass man zum Beispiel Smartphones 45 Stunden laden kann. Der Kühlschrank auf Dauerbetrieb, da würde das Akku 5 Stunden ausreichen. Ja, das sind insgesamt 500 Watt. Das Modell heißt P500. Das spiegelt jetzt ein bisschen. Und nicht zu vergessen hat das Ganze noch ein Wireless Charging Plate. Man kann also das Handy hier drauf laden. Ja, ich bin schon ganz gespannt, wie sich das in der Praxis erweist. Und ich werde euch natürlich berichten, wie ich drei Wochen mich mit diesem Strom versorgt habe. Den Link zu dieser Portable Power Station, den packe ich euch in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr gerne mal nachschauen. Tschüss! Tschüss! Tschüss!